Hallo, ist da jemand? Bitte, ist da jemand? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo wir hier sind. Hallo, ich kann dich hören. Hörst du mich auch? Ja. Wir müssen hier weg. Das stimmt. Das stimmt nicht. Da drüben kann ich das Hauptuhr sehen. Vor dem Tor steht ein kleines Wachhäuschen, das heller leuchtet ist. Soll ich in das Wachhäuschen gehen oder zum Haupttor laufen? Lauf zum Haupttor. Hier ist ein langer Gang. Ganz dunkel. Hier bin ich im Flur, direkt am Haupteingang. Ich kann in der Dunkelheit keine Türen erkennen. Ist das hell? Es muss ein Lichtschalter gewesen sein. Jetzt kann ich wenigstens was sehen. Hier sieht es wieder ganz anders aus. Da, wieder diese Geräusche. Schnell! Soll ich weiter versuchen, die Tür aufzumachen? Ja! Ich höre etwas. Schritt in den Flur. Jemand kommt. Alles okay? Wir haben den Kontakt verloren. Bis zum nächsten Mal.